Musik Es ist erstmal eine ganz, ganz tolle Idee seiner Zeit gewesen vor vier Jahren. Es passt zu dem Firmenlauf, der ja heute Abend dann stattfindet. Es passt zu dem Gesamtkonzept gut, dass wir heute Abend den AOK Firmenlauf unterstützen dürfen und die AOK uns bei dem Schülerlauf mit unterstützt. Also ein tolles Paar, was wir mittlerweile seit einigen Jahren abgeben. Also insgesamt eine runde Sache. Und Kinder gehören in die Region. Kinder passen zu uns, Kinder passen zur Volksbank. Die Volksbank gehört in die Region. Also alles einfach nur passen. Musik Natürlich eine tolle Sache, dass alle mitmachen können. Ich sehe hier vor allen Dingen Förderschulen. Ich sehe Menschen mit Handicap. Ich sehe Menschen mit anderen Hautfarben. Also alle können dabei sein. Das ist genau das Motto von diesem Jahr. Und von daher freue ich mich sehr, dass es wieder auf so viel Zuspruch gestoßen ist und wir über 7000 Starter dabei haben. Musik Musik Der Schülerlauf, der über die Grenzen der Stadt hinaus strahlt, mit 7500 Aktiven, das ist eine so unglaubliche Zahl. Und wenn man die vielen Kinder sieht, dann geht einem ja auch wirklich das Herz auf. Das ist bestes Marketing für eine Stadt und das ist natürlich auch für die, die mitlaufen, immer wieder ein tolles Erlebnis und verbindet die natürlich auch mit der Stadt und der Region. Von daher Martin Hoffmann und Team und allen, die dabei mitgewirkt haben, den Sponsoren, die hier sind, dem Kreis, der das Ganze von vornherein sehr aktiv begleitet hat, ein ganz herzliches Dankeschön. Musik 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 Das war's für mich. Musik Musik Robert Kaufmann bei mir, Vorstandsmitglied der Volksbank Siegerland, der vierte Volksbank-Schülerlauf. Warum ist die Volksbank so daran interessiert, diesen Lauf zu präsentieren? 7.000 Schülerinnen und Schüler auf die Strecke zu bringen hier im Siegerland, das ist eine Leistung an sich. Das ist eine tolle Sache, die von vielen, vielen Menschen gemeinsam initiiert worden ist. Und da dabei sein zu dürfen, macht einfach Spaß. Sie sagen jetzt schon gemeinsam, dann kommt wieder dieser Genossenschaftsgedanke. Wenn ich das mal ansprechen darf, die Volksbank ist ja nur eine Genossenschaftsbank. Ja, ist das auch ein Grund, warum das gemacht wird? Ja gut, wir sind eine regionale Bank mit genossenschaftlichen Wurzeln. Wir sind weit über 100 Jahre hier in der Region verwurzelt und damit identifiziert man sich natürlich auch mit allem, was hier in der Region passiert. Ja, jetzt noch ein Wort zum Sportlicht. Ich weiß, Sie laufen natürlich heute Abend mit. Ja. Wie ist Ihr Leistungsstand? Fit? Ja nun, ich bin am Sonntag nochmal ein bisschen bei uns durch die Wälder gelaufen. Neu und ein halb Kilometer, eine gute Stunde. Also ich glaube, wird funktionieren heute Abend. Alles klar. Gut, dann wünsche ich erst mal für heute die Veranstaltung noch viel Spaß und heute Abend viel Erfolg beim Laufen. Dann wünsche ich jetzt noch viel Spaß. Musik 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 Die Strasse ist 3000 Meter, hier in Weidenau, Stadt am Bismarckplatz und auf der Sienauer vor der Lippenschule und vor der Bismarck-Alle. Erste Schaltgruppe, alles hat gut geklappt. Erste Schaltgruppe, alles hat gut geklappt, alles hat gut geklappt, alles hat gut geklappt. Erste Schaltgruppe, alles hat gut geklappt, alles hat gut geklappt, alles hat gut geklappt. Erste Schaltgruppe, alles hat gut geklappt, alles hat gut geklappt, alles hat gut geklappt, alles hat gut geklappt. Erste Schaltgruppe, alles hat gut geklappt, alles hat gut geklappt. Auf Wiedersehen. Umm... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020